ja 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 ok da waren wir als letztes dann gehen wir mal hier lang wenn wir hier lang bescheidet ne haben wir den Raum aber auch schon mal cleared das heißt wir können jetzt nur noch da richtig gut oh das hatte ich hier ganz ungern sicher nicht so in so einer Situation hier natürlich krass auch das ich ah ja klar ja 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 Oh, 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 oh. nomaden stiefel so was können die denn protection resist code du hast noch gar keine stiefel, du bist doch eine arme, weil jetzt wo du auch ein bisschen damage machst, ist ja gar nicht so schlecht selbst wird auch mal ein paar sachen kriegen ich würde gerne mal sachen verticken hier ich weiß nicht, wie ich das mache ARD Text im Auftrag des ZDF Engels. Was heißt, can't reach? Ist okay, Mann. Aber manche fichern so derbst rein, ich versteh's gar nicht. Lotte. 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 Ah, okay. Das heißt, ich hab da mit hinten was aufgemacht. Und zwar genau hier in diesem Raum. Guck mal, ich würd mal einmal testen, ob wir... Oh. Lotte. 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 So, und du gehst die Boutes. Und... So, hier muss ich auf jeden Fall... Und Mann, ich war doch jetzt irgendwo... Hier. Okay. Du Philosophie. Wo hab ich das denn jetzt gemacht hier? Der meint. So, wenn man... Geh mal... Boop. 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 Sleep well. Goodnight guys. Ladies and gentlemen. Mehh. So... Ach so, warte mal, die haben ja schon wieder Level gehabt hier. Äh... Deminit. Ich hätte nur noch ein bisschen mehr in deinen Dings reinstecken sollen. Und du hast... Energy. Dexterity. So... Fire Magic. New Spell. Brauche nicht. Spellcraft. Energy. Hier hab ich noch zwei. Power. Und du? Jetzt bei dir aus als Magic. Okay. Dann sprechen wir mal nochmal. Und dann geht's weiter. Das komische ist nur... Dass ich der Meinung war. Ich hätte da irgendwie... Ah. Achso, mit diesem Ding mach ich jetzt da die Wand nämlich auf. Oder wie? Nehmen wir nämlich die fucking hier auch gleich. Öffnen mal das Ding. Ah, hier ist sie mich. Der hält auch gar nicht so viel aus dem Macht. Es hat über Damage. Mal so wirklich was zu viel aushalten halt. Secret found. Let's go. Heavy Armor. Aber der hat schon... Der hat Protection. Mein Helm schon. Aber ich will irgendwie wissen, wie man das Zeug mal verkauft. Ey, das wär mal über interessant. Oder irgendwie klein machen. Irgendwie wiederverwerten. Äh, was auch immer. So, wir haben auf jeden Fall einen Key gekriegt. Wo war denn jetzt nochmal die Key-Tür? Okay. Von daher sind wir gekommen. Ups. Äh, aber wo war die Key-Tür? Oder mussten wir jetzt nochmal nach unten? Wo war denn das jetzt? So, da hinten in diesem einleuchtenden Raum und da... Guck mal. Machen wir das mal. Wir haben jetzt... Eh, nicht die ganze Zeit. Und du Schnecke. Deswegen hat's diesmal an dieser Schnecke. Okay. So. Und zwar war das dann doch... Hier? Nein. Warte mal. Irgendwo war das doch hier. Schraupi? Oder? Ah, hier. Geh? Hopefully... Ich hole dir nichts,eckel. Schraupen, зн��고 wonicas duかes... Whoa, komm komm komm. Okay. Okay, dann kommen wir da dann wieder zurück und das heißt, das hier ist neu. Komm mal her, Bursche. Oh, das sieht gut aus. Oh! Sehr schön, die machen wenigstens Damage. Legionär, Shit. Bursche. Oh, das ist die hier so schnell. Und dann das ist auch so schnell. Ist die jetzt so schnell? Die jetzt auch so schnell. Ich will halt auch so schnell. Okay, das ist auch so schnell. ich werde mal ganz kurz noch mal schauen ob wir irgendwo... so ich habe mich der ganze Zeit noch mal informiert wie das dann früher damals gewesen ist oder wie es überhaupt hier in dem spiel ist wie es aussieht mit den ganzen items ich mit mir rumpuckel also theoretisch ist es halt einfach glaube ich useless das ganze zeug mit zu schleppen ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr wie es früher gewesen ist von daher dachte ich okay es macht vielleicht sinn da items mit sich herum zu tragen die ja weil man die vielleicht irgendwo verkaufen kann aber das heißt wohl dass ich meine leute von ihren lasten befreien kann so sieht das nämlich aus so schön leicht drin aber die kann ich da nicht raus poolen ist ja blöd was will er jetzt wieder so schön Patient Man Ah, hello! Is it you, my friend? Und... Review the secret Was habe ich jetzt gefunden mit dir hier? Woodbox Oh! Healing Potion Skull of Poison Shield Earth Magic Art D Dry Protection Fall Protection And it's a Healing Pot But we'll have to carry this one So, dann kann ich doch die Brust dem hier geben schonmal Zack, dann kannst du doch diese Brust